Hallo zusammen! Haben Sie Schuppenflechte? Kennen Sie jemanden, der das tut? Sie möchten helfen und wissen nicht wie? Dieses Produkt ist dazu da, Ihnen zu helfen. Was ist Psoriasis? Psoriasis ist eine autoimmune, entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung der Haut. Das körpereigene Abwehrsystem beginnt aus irgendeinem Grund, Hautzellen anzugreifen, was zu Läsionen führt. Sie betrifft alle Altersgruppen und beide Geschlechter, tritt aber häufiger bei jungen Erwachsenen auf. Daten der Brasilianischen Gesellschaft für Dermatologie zeigen, dass mehr als zwei Millionen Menschen in unserem Land davon betroffen sind. Wir verstehen, dass das tägliche Leben von Menschen mit Psoriasis schwierig sein kann. Jeder Tag kann eine andere Herausforderung darstellen, wie zum Beispiel Verlegenheit, Selbstwertgefühl, Entmutigung und vieles mehr. Nach jahrelangen Studien mit den fortschrittlichsten Formeln für alle Arten von Psoriasis haben wir festgestellt, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn wir Komponenten aus der Natur verwenden, wie zum Beispiel Macadamia-Nossöl. Daraufhin begannen wir mit der Entwicklung der Psoriadam-Formel, die ausschließlich in unserer Fabrik hergestellt wird. Psoriadam hat eine einzigartige, kortikoidfreie Formel mit drei leistungsstarken Wirkstoffen zur Kontrolle und Vorbeugung von Läsionen. Seine Zusammensetzung Psoriadam ist ein revolutionäres Mittel mit hervorragender Wirkung, bereits nach der ersten Behandlung. Das Medium besteht nur aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen, Birken- und Chaga-Extrakt, Macadamia-Nossöl, Squalen, und den modernen und innovativen Komplexen Biophilic HMB und SK-Influx, Evolver MB. Die Gelcreme hat eine antimikrobielle, entzündungshemmende und antioxidative Wirkung und trägt zur Regeneration der Haut bei. Keine unerträglichen Schmerzen mehr Flecken und Plaques breiten sich über den ganzen Körper aus Ständiger Juckreiz und Entzündungen beeinträchtigen das normale Leben Es ist schwierig, neue Leute kennenzulernen oder eine Beziehung einzugehen Psoriasis führt zu Nervenzusammenbrüchen, Reizungen und sogar Depressionen Psoriaderm ist die am besten geeignete Lösung zur Linderung jeder Form von Psoriasis, unabhängig von der Ursache ihres Auftretens. Siehe vor und nach der Anwendung von Psoriaderm Sie werden erstaunt sein Beseitigt Juckreiz und Schuppenbildung Hilft bei Schwellungen und Entzündungen der Haut Beseitigt Blutungen an den betroffenen Stellen Beseitigt die Häufigkeit von Hautausschlägen und reduziert die Verletzungsfläche Repariert beschädigtes Gewebe Normalisiert die Stoffwechselprozesse in den inneren Schichten der Haut Verhindert Veränderungen an den Gelenken Fördert die Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper Verhindert Veränderungen in tropischen Geschwüren Beseitigt Pilzinfektionen Wirksam bei chronisch progredienten Formen der Psoriasis Nun, das wollte ich Ihnen heute sagen Der Kenel Quidando de Vos dankt Wenn Sie möchten, ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal Dankeschön